Yo, Hi Leute, hier ist euer MrGantz und mein Name ist Raphael und Willkommen zur sechsten S4-Folge, genau die sechste Folge, ja, ich habe gerade mir ein bisschen Geld sozusagen a-trade, ich habe jetzt gerade 1,5 Mille, ich hatte glaube ich davor knapp 600.000 und ich habe hier sehr sehr viel Zeller hier, Bruder, im Wert von ca. 800.000, hätte ich es um die 2,3 Millionen, ja, aber irgendwie, ja, Geldion, mal sehen was die Geldion Steine sind, was sind, die werden schon etwas billiger, auf einmal, ich warte da lieber ein bisschen noch, wenn du auf 1K sind, oder 900 Gold, dann kaufe ich mir alle ab, weil ich so ein bisschen etwas mehr gewinne, da warte ich ein bisschen ab und dann habe ich ein mega gewinne, genau, ich gucke mich immer ein bisschen um, Ich muss irgendwie Gewinn machen, interessant, äh, finde ich jetzt nicht so Nichts besonderes hier, äh, Ähm, abräumen würde ich für 80k pro Stück sogar kaufen, ist auch ein Gewinn, Aber ich glaube ich werde jetzt bei Torten farmen, denn die geben schon sehr gut Gold, also ungefähr 1,25k pro Stück pro Torte, und das ist schon für dieses Level schon sehr sehr viel Geld, Und irgendwie habe ich so, Verlust bekommen, ähm, Verlust bekommen auf einmal hier zu farmen, und Gold zu machen, denn ich habe schon 1,25k pro Mille, ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht ein neues Elfenschwert mehr kaufen soll, vielleicht abgehört ich das erstmal auf plus 5, weiß nicht, ob das überhaupt plus 5 funktioniert, wenn ja, dann, ähm, wäre es toll, weil plus 5 reicht schon aus, F4 plus 5, So, Rösti fehlt mir nur noch, oder ist dieser Typ, ey, da ist auch dieser Typ da, Hi, So, das müssen wir eigentlich bei der Quest jetzt machen, ähm, ja, wir müssen diese Lieder, wir machen einfach, wir farmen jetzt aber ein bisschen in diese Folge mal, Wenn wir vorpassen, na, das geht ab, Oh, wir müssen ja noch, SP nehmen, die voll vergessen, Aber ich hoffe euch, äh, gefallen die SP-Videos, Hier ist, du, ähm, Video drehen, Zuerst mal hier DSP, So, es läuft's, Ja, wieso, Hm, Willst du, Was, Den, Zuschauern, Ähm, Sagen, Und das, eigentlich schreiben, aber egal, Also schaut's, Äh, Hja, ja ich bin gerade auch etwas am cs go zocken also ich doch mindestens einmal am tag cs go so ja also ungefähr so macht schon relativ viel spaß wir müssen irgendwelche fügel kennen wir kennen ja einfach alles was vielleicht nur diese torten hier farben ja da war letztens beim stream dabei und ja schon ziemlich nice eigentlich ich werde jetzt auch in irgendein stream dann will ich dann sachen verlosen also immer so 100 gold also ja immer 100 gold will ich dann verlosen nach den zuschauern zuschauern ja meine güte du musst dich jetzt verbessern sie sollen mir geld geben haha juli gibt es immer geld also schon 1,5 mille ich habe 2,3 mille circa schon ja ich bin gerade echt am traden ey das ist echt nicht dass ihr denkt dass ich das irgendwas geschenkt bekommen habe eine will mir etwas schenken mal sehen was mir schenken möchte also er hat mir so geschrieben wenn es oder suchst du ein weihnachtsküste und begrenzt kannst mir schenken wenn du magst weiß nicht wieviel pro stück ich will die torten haben finde ich etwas besser als man macht auch ein bisschen mehr geld ja wieviel meine güte meine güte so also macht man aktive werbung stimmen und hut ein kaka naja und bin arm also ich jetzt schon habe schon das geld aber ich brauche das für andere dinge das hätte ich mir gerne gekauft komm ich hole mal ein bisschen mehr ganz ehrlich es ist immer zu wenig ja aber nur auf s4 ey beruhig dich weil ich auf s4 arm bin ja scheiße oh scheiße sagt ja nicht ähm ja ich bin ja überlegen so ein weihnacht weihnachtsswim zu machen bin ich überlegen also weihnachtsswim ich bin mir nicht sicher ob ich das überhaupt schaffe ich weiß nicht keine ahnung vielleicht vielleicht auch nicht ne ich glaube eher nicht dass ich das überhaupt hin bekomme glaube ich nicht die quest schatten wir heute gar nicht ok leute ich mache hier ganz kurzen cut bis ich die quest geschafft habe bis dahin so hier wieder zurück das müssen wir ja nur noch den letzten dann haben wir zumindest die mission geschaut ich glaube dann haben wir den level 40 erreicht ja wir haben den level 40 erreicht glaube ich zumindest ja da nein knapp knapp level 40 ähm kleine was soll ich command away naja wir haben da kein fortbildungsmittel hier läuft bei uns ah würfel bekommen wir ja auch noch vier würfel haben wir schon dann müssen wir hier ein bisschen sammeln 36% hat unser naja unser schmuckstück ja ich werde eigentlich bald vollmund kristall eigentlich farmen wisst ihr ich könnte am tag so 100 stück das sind schon mal 2,5 gk 100 stück reicht am tag wenn ich das mache aber ich brauche einen ruf und so alles im level ich glaube level 45 muss ich sagen quest level 39 na tier 39 müssen wir machen so tier 39 ja die machen wir dann aber ähm bei der nächsten folge denn ich will die folgen eher ein bisschen kurz halten denn ich will jetzt eher ein bisschen traden dass ich dann ein bisschen geld habe und jo ich hoffe euch hat die kleine folie trotzdem gefallen und jo viel spaß und zocken lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten mal ciao